so und damit herzlich willkommen zur nächsten folge hier bei portreal 4 ich hoffe mal ganz stark dass die ki das aktuell selbst ein bisschen reglementiert bekommt mit dem wohnraum hier unten müssen wir mal gucken ob noch irgendwo baumaterial fehlt aber das sieht ganz gut aus scheint schon genügend bau naja gut holz zählt holz könnten wir mal wieder organisieren schon mal gucken wo wir hier holz herbe kommen wie viel holz haben die nicht atemberaubend viel aber zumindest so viel dass wir erstmal wieder was holen können so sind wir nämlich auf einem guten weg um eventuell noch mal die letzte quest hier auch noch fertig zu bekommen wir haben zeit bis december 1600 ja gut das sind noch mehr als dreieinhalb jahre da haben wir noch mega viel zeit das könnte ein bisschen knapp werden das könnte tatsächlich ein wenig knapp werden so dann haben wir wieder unter schladung dabei naja gut eisen produzieren die selber grad sehen wie sieht es überhaupt mit ressourcen aus ziegel kohle und metall ziegel kohle und metall muss ich mal ganz kurz gucken würde sich sogar eine eisen produktion orientieren und wir könnten dadurch luxusgüter effektiv produzieren ich werde denke ich mal eine sache machen ich werde mal die verwaltung für evangelisten noch übernehmen gut dass ihr da seid so da fehlen uns noch 180 arbeitskräfte denn sind wir dann mit einem militärstützpunkt ganz dicht an spanien was uns die sache ein bisschen einfacher macht wir müssen nicht so weit hin und her segeln können hier noch mal eine große werfe bauen wo wir dann dementsprechend auch schiffe direkt verkaufen können und wie gesagt wir können eine sehr effektive produktionskette mit luxusgütern herstellen so dann füllen wir erstmal den bestand an holz wieder auf damit die hier die wohngebäude bauen können versorgen werden wir die stadt auch gleich wieder ein bisschen so dann kann man stattdessen nämlich ein bisschen keramik mitnehmen das sieht nämlich schon mal sehr gut aus so dann hoffen wir mal dass die wohngebiete demnächst fertig gebaut werden so unsere betriebe sind auch in vier tagen fertig so rum wie sieht es denn aus sind wir auf einem guten weg sind wir auf jeden fall auf einem guten weg so was wir natürlich machen könnten und jetzt wieder ein kapitän gemeldet nahkämpfer zimmermann manövertaktik schwindigkeit auf sie wäre eigentlich auch gar nicht mal so ein schlechter wäre eigentlich auch nicht so ein schlechter kampfkapitän in dem wir mal ruhig an und fehlt uns nämlich bloß noch ein kapitän dann haben wir alle voraussetzungen zumindest schon mal für die dingsbums die unabhängigkeit so was wir auch mal machen wir gucken mal was die piraten momentan sagen zwei von denen sind schon wieder ganz schön stark gewonnen so wir gucken uns hier mal um ich gehe mal nicht davon aus dass der hier noch sein wird lassen mich da gerne eines besseren belehren er wird wahrscheinlich hier irgendwo in dem bereich zu sein piraten versteck haben so und treiben wir doch mal ein bisschen handel mit den spanien wieder machen wir mal ironische geschäfte mit unseren erzfeinden so mannschaft film mal wieder auf so ziegel hätten wir hier zwar noch aber die auch mal denke ich erstmal nicht theoretisch gesehen müssten wir mal die letzten handelskonzession noch kaufen sich karten jetzt haben wir nämlich gerade jede menge geld da können wir ruhig noch mal ein bisschen was investieren ist ein bisschen teurer als ich dachte machen wir aber mal ist seit die investitionen in die zukunft so kommen wir damit nämlich auch gleich unsere automatische handelsroute wieder ein bisschen ausbauen so so gucken wir mal bezahlen wir quasi die handelsgebühren gerade mit dem geld spanischer schiffe die wir erbeutet haben so gut das war der auftrag für den piraten so da werden wir auch schon wieder gut was los sieht schon mal gut aus so machen wir nämlich die letzten handels posten hier noch frei da kommen wir nämlich im allerschwimmsten falls noch mal eine neue handelsroute wie gesagt dann bei gelegenheit noch mal aktivieren wir dann auch hier unten die route mal abfahren wird schmeißen wir gerade mal dezent mit geld um uns zeigen wir den spanier mal was wahrer wohlstand ist mal natürlich darauf achten wenn wir wenn wir unsere betriebe jetzt alle an den start bringen dass wir die waren entsprechend auch wieder verteilen wie gesagt jetzt haben wir wieder jede menge lohnkosten die dann im hintergrund wieder laufen so wir haben tatsächlich mehr los als ich dachte hier in den kernen städten wir können gleich noch ein bisschen was an ladung austauschen so kathagena erstmal noch und dann müssen wir mal gucken dann sind noch drei städte theoretisch über zwei spanische und eine holländische stadt soll man da mal gucken inwiefern die aktuell erstmal wichtig sind oder wie schnell wir die dann freischalten müssen hier wird regional ganz schön viel oder werden ganz schön viel möbel produziert wie ich das so sehe das ist recht überraschend hoffen wir mal stark dass jetzt nicht gerade wieder krieg ausbricht das wäre ein bisschen ungesund dann sind wir tatsächlich wieder ganz gut vorbereitet und wir mal ironischerweise in den nachbarorten diese sachen gleich wieder verkaufen so oft können wir noch mal mitnehmen sehr gut das lohnt sich glaube ich nicht und wenn wir mal wieder einen ausflug nach port royal machen nun ist also krieg mit spanien ich hab's geahnt ich hab's geahnt natürlich wird unser handelskonvoi gerade hier richtung spanien wieder hab's geahnt hab's geahnt so gucken wir gleich mal was der körperbrief kosten würde ihr kommt wie gerufen vier millionen ich glaube da werden wir eine weile warten erstmal ich habe jetzt keine lust hier 17 militärkonvois runter zu kämpfen das aktuell ein bisschen dolle viel das ist mir aktuell ein bisschen dolle viel arbeit so das nehmen wir noch mal ein bisschen mit aber wie gesagt ich finde es ein bisschen merkwürdig dass wir immer nur gegen spanien krieg führen ich weiß nicht ob das ein bug irgendwie ist es kommt aber auf jeden fall ein bisschen merkwürdig wo dass wir jetzt das ganze spiel über immer nur die gleichen kriegsparteien haben so dann werden wir mal hier hochsegeln nach trinitat schauen wir mal wenig wohnraum wie gesagt ich hoffe mal dass die k.i. das selber geregelt bekommt mit dem wohnraum arbeitskräfte haben auf jeden fall genügend was sagt unser fortschritt naja sind wir noch ein ganzes ende weit entfernt vom nächsten abschnitt so dann können wir hier nämlich gleich die ersten geschäfte machen wunderbar auch wenn die mengen wieder einigermaßen überschaubar sind so ziegel können wir noch mal ein paar mitnehmen bisschen gemüse bitte unsere leute jetzt mal wieder ein bisschen gesund leben macht es natürlich die durchfahrt hier ein bisschen gefährlich ich bin aber tatsächlich mal gespannt wie sich das diesmal mit leider gottes wie gesagt bin ich mal gespannt wie sich das entwickelt mit in konvois diesmal wenn ich das nämlich gerade richtig sehe hat bis jetzt bloß bis frankreich wieder militärische stärke verloren natürlich ein bisschen unschön so ziegel haben die selber so mit fleisch kann man natürlich genau richtig genauso eisen waren einwandfrei naja die keramikproduktion steigt schon wie wir sehen hat auf jeden fall schon zugenommen tja die frage ist übernehmen wir die stadt noch theoretisch würde ich sagen wir machen es einfach mal auf eure hilfe zählen hiermit übertrage ich euch die alleinigen rechte am aufbau der stadt so damit gott uns evangelista auch noch müssen wir gleich mal gucken wir müssen die produktion halt direkt umstellen so was brauchen wir denn hier gar nicht möbel könnte man theoretisch noch lassen was wir allerdings nicht brauchen ist tuch mit tuch würde stattdessen nehme ich tatsächlich ganz gerne lieber luxusgüter noch herstellen das heißt wir müssen mal gucken wo hier die tuchproduktion sind scheint nur die eine zu sein so dann gucken wir mal genau jetzt ist da nämlich 1 dort frei gewonnen so das bedeutet wir brauchen noch ein paar schmieden guck mal auch gleich nochmal ob wir irgendwo hier noch welche haben hier oben so die werden wir abreißen und die werden wir um positionieren so dann brauchen wir gleich noch mal ein paar guck mal gießerei hier so und dann werden wir hier ein paar schmieden bauen schon haben wir nämlich eine sinnvollere verwendung für unsere unsere baumaterialien beziehungsweise für die ressourcen die wir hier herstellen können die hospitäler haben sie hier natürlich auch wieder sehr sinnvoll gebaut wo wir mal weiter hinten hin so und dann gucken wir mal wie sieht die versorgung aus mit kürchen kürchen haben wir da eine und hier unten eine heißt die oben fehlt eine kirche so dann gucken wir mal tavernen wenn wir hier theoretisch noch mal einsetzen dann müssen wir gleich noch mal gucken das machen wir allerdings erst in der nächsten folge da werden wir noch mal gucken was für städtische gebäude wir noch bauen können denn wie gesagt unser plan wird sein hier noch mal eine große militär werft zu bauen dass wir hier auch aller schönstenfalls noch mal kriegsschiffe bauen können dass dieser folge gerne wieder ein daumchen da kostenloser support nach wie vor gerne gesehen im projekt gerne treu bleiben und dann sehen wir uns hier in der nächsten folge wenn es weitergeht bei portreal 4 bis dahin immer eine handbreite wasser unterm kiel und ciao ciao